hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer weiteren folge anno 20 70 wir haben beim letzte mal in der akademie den wunderbaren konstruktionsplan für unsere hydro elektrische kraftwerk in auftrag gegeben da wird er fleißig herum akadiert an akadie rum stuggardiert und ich denke mal wenn es fertig ist dann können wir vielleicht hier den ersten staudamm bauen und dann haben wir strom bis die lampe knallt ich sag dir so bis dahin könnten wir eventuell zusehen dass wir so sachen wie pasta errichte und bio drinks noch so ein bisschen nach oben schieben weil hier ist zwar schon produktion am start könnte aber mehr sein doppelte produktion würde bedeuten wir haben doppelten warenfluss wir könnten damit die leute noch besser versorgen so da würde ich nämlich sagen wir gehen hin und bauen noch ein offshore windrad dann sind wir bei strom plus 60 um die bilanz hier in griff zu bekommen vielleicht noch mal ein windrad bauen so sind wir bei 90 die kette nämlich fast gesagt wir bauen hier noch mal der gerät dafür brauchen wir holz und dann kann der hier schön weg schnüffeln sofern wir den bauplatz dafür finden wir sind schon reichlich dabei hier alle zu belegen mit unserer andere wetterstation nach sehr wieder schön die können wir unter umständen noch ein bisschen umziehen lassen das wäre jetzt nicht das thema wenn wir die da weg böllern werte fallen quatsch doch nicht immer mädchen bin noch dabei mensch gib mir doch mühe reicht nicht weg warte mal da muss das da hinten auch noch ein bisschen beiseite dort sind wir sind nicht ausgebaut nicht das lagerhaus ist der frevel da so weit wie möglich an die seite dann haben wir nämlich hier in der mitte luft für ein zeppelin so jetzt müssen wir nur noch brauchen können wir brauchen auf jeden fall holz wir brauchen alles glas holz werkzeuge registriere verbesserung der ökobilanz ja siehst du immer erst heulen so sind sie okay komm mal ran auf den meter was ist denn hier eigentlich mit diesen komischen drinks für die kollegen hier läuft oder immunpräparate geht steigt nicht schnell aber steigt wir haben eine produktion das müsste ausreichen so wir müssen noch fünf minuten der verdammt hohe ökobilanz haben dann könnten wir theoretisch entweder holzen mal so ein ding wieder weg was für die bilanz eigentlich jetzt nicht verkehrt wäre wenn wir auf produktion gehen und hier können wir wieder die produktion an starten weil wir brauchen sachen sowie laden ein ich packe meinen koffer ja so und fahre einmal los denn wir brauchen sachen die die schnöse glücklich macht willst du jetzt einige inseln mit einem schiff zu erkunden benötigte ausrüstung 10 tonne werkzeuge 16 tonne glas wie viele zwei kriegen wir das auf die kette wir brauchen auf jeden fall zwei frachtraum kammern zwei inseln wir brauchen 20 tonne werkzeug haben wir nicht haha dann bestellen für unsere stelle zu ihrer verwarte ihren befehl auftrag bestätigt schick rüber den krimpeln erfolgt schnellstmöglich das ist schön warte mal aber glas krimpeln oder 32 glas zu kriegen hoffentlich doch so könnte die musik hören diese wunderschönen ja kommunikationssysteme online ist jetzt schon da jetzt schick mal da kommt da kommt die waren stehen zur abholung bereit mit krasse hubschraube das insel könnte an land hier dem ist nicht in die olle sardinbüchse wohnen naja machst du nichts so mega teuer wird welche gerade eine gekauft haben aber es war wurscht wir brauchen 20 dann laden wir 20 aus so dann gehen wir mal auf erkundung schicken wir erst mal so der insel dann kann der hier so sachen machen der ist da raus mit den ganzen klumpatsch verbrauchen wir noch glas eventuell wir bauen aber erstmal hier so ein so ein schnüffler vielleicht muss ja noch mal weg oder auch nicht braucht deine straße ne brauche eigentlich nicht egal hat eine die öckel bilanz bis sie hier steigen wir werden jetzt noch mal warte mal waren bestand gemüse ist voll krass oder warte mal jawohl nudeln sind voll wenig also hartweizen nudeln haben wir und da brauchen wir einfach nur noch eine weitere produktionsfabrik weil nudeln sind am start gemüse haben wir auch und die machen ja aus gemüse und nudeln so ein zeug haben wir davon zwei stück da passen auf wir bauen einfach noch mal zwei weizenfarben und zwei mühsefarben und bauen dann noch mal die verbesserung der ökobilanz das ist supi das ändern wir sofort warte mal ab dauert nicht lange wir machen noch mal zwei weizenfarben hätte gesagt ach die bauen sie doch wieder so schön nicht warte mal wie viel braucht die vier 1 2 3 4 super was eine plattverschwendung steht ja total drauf ähm wir bauen hier mal weiter wir brauchen hier noch ein lagerhaus für so dinge na dann brauchen wir die hütte mal aus dann gleich noch mal hartweizen hinterher schoben hier das sind ja wunderbare nachrichten erstaunendste mein freund ich kümmere mich um euch was denkst du so davon zwei noch mal zwei mal mühse so so was ist ach so die erste insel wurde erkundet dort ist doch supi oh was hab ich denn hier gebaut wieso hab ich denn so gemacht geh mal weg jetzt weiß ich auch warum sich die dinger beim letzten mal abgerissen haben obwohl ticket gar nicht wollte das war mein fehler so ok ja schnelle straße so dann bauen wir zwei fabriken für die basta basta nicht weil wir brauchen glas so zweite insel muss der anfahren der kollega die hier unten ok hast du schon was an bord ja unterlagen analysebericht ähm glas haben wir hiervon sehr viel dann können wir ja warte mal den wieder weg machen und hier die produktion wieder starten daten so das läuft das braucht noch lange müssen wir einfach vorspulen wahrscheinlich nachher ähm glas du bist schnell aber du kannst nicht laden weil du kannst einfach nischt so machen wir mal so wir müssen ja noch ihr wechselhäuser bauen ne du kommst nach hause so der wird ja dabei auftauchen und in der zeit können wir einfach spulen die plus taste und so ja ha siehste wohl äh jetzt müssen wir den ganzen krempel nur zurückbringen ne wohin zu der tante da immer schön über die mappe pesen mit dem boot abfahrt so da ist er glas raus dann hätte gesagt kommst du gleich wieder nach hause der ist am rumhandeln der schiebt hier den krempel raus und die verwurschtendet ähm was sagt denn unser lagerbestand von dem krempel hier geht eigentlich von den enzymen haben wir ja nicht so viel wie ich wollte von den korallen viel viel mehr ja okay dann brauchen wir doppelt so viel enzyme wie korallen fahren gut zu wissen für das nächste mal also wir haben jetzt wie mein mühsel zweimal hartweizen bedeutet wir können hier nochmal eine schöne pastafabrik bauen ähm einmal da und einmal da so nudeln müssten eigentlich laufen guck mal die hat ja nicht so viel hartweizen die ist so volle pulle also brauchen wir davon nicht noch mehr und die insel ist wunderschön grün guck mal ehre weil zeppelin ist am dreck fressen sehr schön so hm sollten die Pastaerrichte auf jeden Fall erstmal auf den Damm sein wir sind schon bei 925 das gefällt mir gar nicht haben wir hier eine Hafenbehörde negativ können wir nämlich offshore bauen das wäre fantastisch tun wir auch nicht weil werkt es euch alle naja dann halt nicht Pech gehabt aber dann sind die Pastaerrichte auf jeden Fall am steigen das wäre schon mal nicht schlecht wir können ja mal hier die Aufstiegsrechte ja na klar nicht übel achte fast du schaffst es nicht also hallo bitte was denkst du Mädchen so klopelt ja wohl ist ja Frechheit erst anquatschen ja mach mal mach mal und dann höre ich dich jetzt nicht gedacht steckst halt nicht drin was willst du machen so ähm weiter am Text drin wir haben den mal einfach frei vielleicht wollen sie aufsteigen vielleicht auch nicht wir sind wieder bei knappen tausender jetzt hier wieder weniger oh fehlt euch wart jetzt wird wieder mehr jetzt wird wieder mehr wieder weniger also irgendwas steht und fällt hier stark in der Nachfrage warte mal und zwar eventuell könnte ich mir vorstellen das und das genau wir müssen bio drinks nachschieben dass sie die Produktion übelst am abgehen ist du hast bei 6 und 5 das ist nicht viel bisschen Kupfer na gut was ist nicht hier Kupfer technisch da sind wir aber gut aufgestellt auf jeden Fall Nudeln haben wir hier ja keine aber hier müssen wir Nudeln haben ja und die Müse 6 und 3 also das läuft ne wir haben die Produktion verdoppelt müssten wir hier vielleicht auch machen die machen hier aus Obst und Milch ne wir haben Milch sehr wenig und wir haben ein bisschen Obst müssen wir hier genau die gleiche machen eigentlich aber wenn ich mir den Strom so anschaue dann net wir holen mal Werkzeug haben wir hier produziert ja haben wir ähm okay schon voll dann komm mal her dann machen wir die gleiche hier nochmal du nimmst mit äh Holz und Glas ja und kommst auch hierher so sind Bäde da können wir schon ausladen dann schicken wir die gleiche wieder nach Hause alle Bäde nach da perfekt so Abfahrt guck mal hier schön synchron miau abgedüst okay ähm wie viel haben wir hier von den Dingern 1 2 3 4 brauchen wir nochmal 4 von das Gemüse Obst meine ich natürlich 1 2 nein 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 mach nach hinbe sagt zement sag doch mal einer an jetzt äh das doch nicht schön dann müssen wir das so bauen 1 2 3 4 5 6 7 8 das war Nummer 1 nicht gerade platz optimiert die wird genauso schrecklich 2 2 meh 1 2 3 4 5 6 7 und auch ernsthaft jetzt erzählen wir doch nicht jetzt passt es hier echt nicht hin geht gar nicht dann bauen wir das so pass mal auf spiel gespeichert ein auftrag von der organisation höchste prio und geht doch was willst du hast du gerade schon uftrag ihr habt mädchen ihr werdet nicht gierig ja also bremsthema ähm Diana was willst denn du feindliche flotte zu besiegen oh da kreiber carbon aber hallo schön rumballern das wollen wir doch machen es gibt eine außerplanmäßige änderung warten nein ich bin mal carbon ist doch viel cooler wir können mit der flotte rumballern was will ich denn mehr so richtig ey mal richtig krawall machen na so sammeln oh oh geht schon los schieß doch die drohnen müssen raus wir werden wohl verluste erleiden denke ich mal hä da fehlt doch eine weiber war fahrzeug unter beschuss wieso stehst du da so dumm rum oder bringen wir das hin so das schon mal versunken die drohnen schießen mit das ist voll geil guck mal wie der untergeht wie die titanic auf wiedersehen rumballern rumballern oh das ist voll einfach ja keine chance wir haben echt eine coole flotte dafür dass die schiffe eigentlich ja nicht können ne so zu jana fahren wir mal damit ne die kleine die kommen nach hause immer reparieren schön den hafen voll stopfen hier warte mal und die eine weiber die hier und the road ist haben wir ja nicht losgeschickt steht da immer noch alles klar so ähm haben wir das erledigt wir wollten hier bauen wie viel haben wir hier jetzt gebaut weiß ich gar nicht ähm eins zwei drei vier fünf sechs vielleicht nochmal zwei doppelte produktion wäre eigentlich echt nicht doof für so ein bisschen obst ne mit ne mit ne mit zwei drei vier fünf sechs sieben auch noch so so schöne platz verschwendung ich liebe es so weil hier nicht weiter geht wollen wir hier mal straße ne so so okay wir könnten hier vielleicht noch mal so eine ähm fabrik ritt stopfen irgendwo da und da machen wir dann straße hinter und dann ist das schön ähm wie viel kuhfarmen haben wir in zwehe ich glaube wir brauchen bald drei neue oder oh gott die bilanz okay geht noch grinst du so weil du den auftrag geschafft hast ja mit leuten wie dir kann man echt was danke das aber nicht einfluss ja ja rufus ist ein bockiger macht mir grad aber wenig so seid ihr alle durch restauriert ja und da und du bleibst da und du nach da und da und da und du kommst gerade das an naja superkleber raus und boot reparieren voll am rumhafen hier ja 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 okay ähm fisch ist voll super haben wir hier wie lange noch 22 minuten noch juiz ähm milch ich komm mir zu jahre nisch ne wenn die mich denn nicht ablenken hier das nicht gut oh strom ist alle ähm 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 das ist nicht gut strommangel ist nicht gut so so ok strom ist wieder da ach bilanz der haut richtig eklig rein das ist nicht schön ich hoffe ja nur dass hier der lager besteht ja guck mal lager füllt sich hier 15 das hat auf jeden fall was gebracht definitiv so dann wollen wir mal weiter schauen wir müssen also ich hätte gesagt nochmal drei kuhstelle für milchproduktion ach 7 1 äh passt nicht die brauchen ja keine straße ne wo du mir sagt 4 5 6 7 so das war Nummer 1 dann Nummer 2 machen wir noch hier unten einfach weil wir was können 1 2 das haben wir eh zu weit an der seite gebaut ist jetzt nicht cool so besser immer noch nicht oder doch 1 2 3 4 5 6 7 wir müssen doch mit der straße da rein dann würdet hier nichts so eh nur noch eh nur noch eh eine kuhfarm noch und dann haben wir aber die sind so mega platz fressen die dinge an das ekelhaft aber dann haben wir milch ne bis die tanker platzen was mit dir hast du keine milch ja warte kommt doch schon bin doch schon dabei alles wird gut ne warte mal machen wir die milchproduktion weiter hier hinten führen wir das hier fort das maturium oder wir brauchen wir von eine weitere lagerhalle auf seite insel diesel so wir werden mal ausbauen hier jetzt müssen wir mit der brücke irgendwie hier rüber wo war sie war da so zum bleistift guck mal perfekt perfekt milch die milch macht's ich sag jetzt immer wieder 1 2 3 4 5 nein 5 6 7 mega verzwickt und ach egal hauptsache wir haben die tür irgendwie dran straße dran ok warte ist er entdeckt nein so feuerwehr direkt als nachbar ökobilanz werte fallen feuer löschen mach aus das feuer eingedämmt na siehst du wenn die alle immer so schnell wenn wir die feuerwehr jungen registriere verbesserung der ökobilanz ich helfe wo ich kann immer wieder gerne gar kein problem so was ist denn die phase die sind alle auf maximum 32 ok hier könnte noch mehr einziehen aber die bedürfnisse sind dann nicht alle deckt hier getränke läuft ne genau läuft lifestyle 3d beamer bräuchten wir noch bei gelegenheit wie weit seiten ihr 18 minuten können wir mal vorspulen die ist schneller jetzt können wir die geschichte einfach eigentlich mal abwarten ich will nämlich so ein schau damm ding haben soll ich einfach mal vorspulen bis die nächsten sachen passieren hier theoretisch werdet ja nicht schlecht oder also wir hätten stadtauftrag schaut mal hier da da wäre was was haben wir da was ist denn hier los ich hab gehofft du könntest uns unterstützen 5 kisten treibgut bergen wie lange oh das ist leicht ähm mit trimaran machen wir das mal schnell oder da jetzt haben wir mal ein eins zwei drei vier fünf die sollen wir zurückbringen zum hafen dann tun wir das äh nach da und los so ist alles gut gelaufen na klar coole aktion danke bitte 7.000 credits ehre so wie weit oh sieben minuten noch Gesundheitszustand der bevölkerung kritisch eine seuche wir haben kranke eklig so Doktor regelt registriere verschlechterung der ökobilanz das ist mal wurscht wir haben hier gleich das ding fertig eine minute noch Gesundheitszustand der bevölkerung stabilisiert der Doktor ist fertig mit seiner arbeit dann darf er wieder gehen so registriere verbesserung der ökobilanz das ist perfekt das ist einfach perfekt so 21 sekunden wir spulen einfach mal vor und gleich ist fertig wenn die akademie jetzt in luft liegt denn mark aus der wissenschaftsrat ist drin zu dank verpflichtet eureka äh forschen die technologien wow so und jetzt das können wir nicht bauen richtig ähm warte mal wo waren das da items da wie jetzt ah oh hmm guck mal wollen wir bauen cool wasser hält ne wasser hält oh hydroelektrisches kraftwerk 1 von 50 bitte was jetzt haben wir hier einen stau damm stausee ah ne staut registriere verschlechterung der ökobilanz aber 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 hm wir haben ultra viel strom 600 wir können ordentlich weg machen alles was teuer ist offshore wind und so dann können wir bilanz sparen zack 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 wie viel machten die den plus 500 war das ne ja 500 strom mega können wir die auch weg machen sparen wir nämlich bilanz ja so die anderen können wir auch alle weg machen die so dumm im weg rumstehen wäre eigentlich vielleicht schlau wenn wir die stehen lassen als backup aber äh ich mach die weg gehen irgendwo noch mehr den gehen noch mehr hier hinten steht noch eins hier steht noch eins hier hinten auch das lassen wir hier ne ja so als autarke stromversorgung in der produktionsecke hier guck mal alter wie hier die hologramme am rumpf flatulieren sind pju 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 voll ambitioniert ok na so viel strom ist nicht ne aber wir haben übeles bilanz gespart wir haben fetten staudamm tada stromaus wasserkraft leute das ist krass war kein mit der brücke direkt davor die blüht haben wir schön gebaut jetzt schauen wir uns wunderschön an hat perfekt geklappt ey hätte ich jetzt nicht gedacht aber läuft ja ehre jetzt geht ein wunderschöner berg wo der ding hier steht aber wir haben ohhh mit regenbogen guck mal ok dann haben wir das ziel der heutigen folge doch erreicht oder die haben hier getränke läuft ne es war jetzt schleppend warte 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 ja waren items hier oh lager voll sollten wir noch eine zweite saftpresse bauen hier ich würde hier irgendwo ein niveau stellte ding hier vorne bling so steht perfekt so dann haben die auch hin doch zu saufen hier sollte eigentlich klappen soweit guck mal hier der einzelne wolkenkratzer inmitten von allen anderen kleinen er dominiert alle dieser da achtet statt die wusel ist schon echt schön hier ok beim nächsten mal gucken wir uns die tycoon baupläne an hätte gesagt oder wie sieht es denn aus mit ja guck mal hier dauerhaft plus ehre was ist hier los guck mal Nudeln Obst Milch Gemüse so alle da mensch alle da die hütten laufen hatten wir davon jetzt nochmal hier oben nochmal zwei gebaut ne ja ok na das ist hier industrialisierung massenhafte landwirtschaft zum ähm Mäuler stopfen die sehntet nicht also kümmertet den nicht und dann sind sie glücklich zahlen dafür Geld und dann ist alles entschuldigt ne so läuft denn halt in der welt alles klar freunde bis zum nächsten mal mach den quatsch встречchen ja und und Musik